Wir befinden uns vor der Mobilisierung von Buenos Aires, wo Arbeitssitzende und Tico zusammen mit Gewerkschaften und Organisationen, die beispielsweise Arbeiter in Videokarten oder von Telefonagenturen eine Blockade durchführen. Sie fordern neben ihrer Wiedereingliederung das lebendige Aufenthalt von Santiago Maldonado, der von der Polizei entführt wurde und bis heute verschwunden ist. Außerdem fordern sie die Gewerkschaftszentrale CGT auf, die heute zu einer Mobilisierung aufruft, zum Generalstreik auszudrücken und eine tatsächliche Kämpfung für die Polizei gegen die Kürzung genutzt zu führen. Das ist ganz schön, es wird klasse gegen die Klasse.